Die Felben sind scheiße. Jetzt kommt nur dazu, dass ich kein Gewicht auf der Achse habe. Dreh'n kann ich ja auch nicht einfach so. Ich glaube, ich kann nichts hier versuchen, aber das wird ziemlich schnell. So lange die Reifen sich drehen, komme ich auf. Irgendwie. Ich darf nur nicht anhalten. Seitdem wir bleiben auf der Stelle stehen, wollen wir nichts mehr vorwärts kommen. So wie jetzt zum Beispiel. Ich komme nicht hinauf. Scheiße, Mann. Das schaffe ich nicht. Ich will da kurz runter. Warum schallt ihr denn da einen fetten Gang? Komm. Schauen wir mal einen fetten Gang. Komm. Da war. Komm. Komm. Okay. Das Ding hat Power, aber wie bringen sie denn auf die Straße? Wie bringen sie nicht auf die Straße, die Power? Ach, die süße Mäuse melken heute. Mäusle, wo bist du? Also gut, es ist grün, wir können durch die Ampel fahren. Ich fahre so weit, komm, komm, ich fähre, aus. Ich hab nur den Griff. Jawoll. Wir brauchen uns kein zweites Mal probieren. Das kann man töten. Scheiße, ich komm rum. Ich komm nicht raus. Geht's noch einen anderen Weg? Geht's noch einen anderen Weg? Geht's noch einen anderen Weg? Geht's noch einen Weg? Geht's noch einen Weg? Komm, fahr rum. Geht's noch nicht mit mir. Wo ist er denn? Da sind wir rückwärts und dann vorwärts wie die Dinger rein. Genau, und dann die Straße rein. Vorwärts, Hauber. Wow, bei rückwärts kriegt das nichts. Lass die erstmal durch dann. Lass die Lass. Lass die Lass. Ich komm da rum. Ich komm da schon rum! Danke! Jetzt hoffe ich, dass ich da... Kann man da hinten drehen? Offenblad So, hier fahren wir jetzt rückwärts, ich will ja drehen, ich will ja nicht da reinfahren, ich will drehen, aber scheiße, du kannst ja nicht drehen, weil, ich sehe gar nichts. Da ist ein Stromkasten, da darf ich nicht so weit fahren. Warte mal, das müsste gehen, das müsste gehen eigentlich, ich bremse es auf, Vorsicht, man mit Kind, den wollen wir da lassen, wo er ist. Ich sehe gar nichts im Moment, ich sehe überhaupt nichts. Aber ich sehe gar nicht so weit fahren. Ich hoffe, ich kann noch ein Stück genau ziehen. Ich hoffe, ich kann noch ein Stück weit wegnehmen. Ich muss den Auflieger rumkriegen. Ich hoffe, ich kann noch ein Stück weit wegnehmen. 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 Ich kann noch ein Stück weit wegnehmen.